Bonjour meine kleinen Bastards und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Leute, heute spielen wir einen neuen Modus und zwar Beschütze den Präsidenten. Und mit dabei sind einmal Savile, der Stoico und wieder mal zurück aus dem Urlaub der liebe Kidman. So Leute, und ich würde mal sagen, wir kommen zur Erklärung. Es gibt einen Präsidenten, der muss beschützt werden. Die anderen sind Powercodes und müssen uns beschützen. Viel Spaß. So Leute, ich bin der Präsident am Anfang und ich würde mal sagen, wir landen. Shifty. Nö, nö. Du musst auf mich hören, ich bin dein Präsident, Junge. Okay, okay. Warum ist meine DPI so hoch? Du darfst nicht einen, außer er sagt es. Prä-prä-prä-prä-sidenten. Ja, stimmt. Darf ich meine DPI nennen? Nein, das erste, das einzigste, was du machen kannst, ist mein Arsch abwischen. Kacken, ey. Also gleich muss einer bei mir landen. Hallo hier, Telefon, Telefon. Ich bin rot. Komm zu rot. Ich bin bei dir, brah. Mein Präschident. Komm her. Zwillings, hier, Zwillingswaffe. Beschütz mich. Ja. Beschütz mich. Beschütz mich, meine kleinen. Ihr müsst wissen, meine Teams, meine Secret Service, es sind nur kleine Bichtes. Ich bin runtergefallen. Mein Präschident, nein. Komm runter, komm runter. Ich bin auch da. Die sind unten. Die sind unten, Jungs. Okay. Er ist bei mir. Hier. Töre den. Töre den. Seid ihr kacke oder was? Warte. Da kommt noch einer. Vor uns, vor uns, Digga. Da, vor euch, vor euch. Okay, komm. Reviven darf ich. Danke, Präschident. Ich muss hier meinen kleinen Bichtes-Ups. Junge, das bist du für einen Präschident, Alter. Ich nehme den Schlaf. Ja, stanz, Digga. Stanz. Da kommt noch einer. Da kommt noch mehr. Wo soll ich mich hin? Ey, Jungs. Voll rum, voll rum. Ich habe keine Waffen. Hier liegen 100.000 Waffen. Beschütz mich. Ja, ja. Das haben wir. Nice. Gib mir die Port of... Leute, hier ist eine Schatzkarte, Digga. Alter. Beschütz mich. Bleibt immer im... Zum weißen Haus. Jetzt go. Zum weißen Haus. Heiert Mille. Heiert Mille. Heiert Mille. Heiert Mille. Äh, wo... Präsident, wohin sollen wir jetzt? Okay, ich würde mal sagen, wir gehen Richtung Greasy Grove. Digga, der Typ. Der und Präsident, Digga. War ein Witz, wir gehen tiltet natürlich. Wohin denn sollen? Besser ist es. Ey. Baut mir hier eine Treppe hin. Hallo. Danke. Ach, du darfst nicht mal bauen. Nein, ich darf gar nichts. Ich habe keine Rechte. Was bist du für ein Präsident? Nee, es ist nicht nur so schade fühlen. Er kann, aber macht es nicht. Ja, stimmt. Er kann, aber... Ja, es ist... Treppe runter. Junge, spring doch einfach. Junge, Treppe runter will ich haben, Mann. Ich will, dass zwei vor mir laufen und einer hinter mir. Digga. Nein, einer vor mir und zwei hinter mir. Ich will Leute zwei. Hallo. Ja, Digga. Ey, ey, Stefan, du bist gleich gekriegt. Ich laufe hinter dir, weil ich dein Furz riechen will, wenn du furzt, Digga. Ey, das Ding ist, zwei Leute vor dir, zwei hinter dir. Wir sind nur drei, ne? Du, Mongo, ich habe gesagt, einer vor mir und einer hinter mir. Und der andere? Ey, wir gehen rechts rum, oben, Berg. Ja, der vor ihm anscheinend. Ich weiß, guck mal, wer die ganzen Blödsinn klappt, Digga. Ja, Junge, ich bin Präsident, ich darf das. So, und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt einen Gegner sehen. Und viel Spaß. Ey, Jungs, lass mal fette Nuskustrocken kommen. Ey, Servus. Oh, tut mir leid, Digga. Meine Käsefüße sind gerade am Arsch. Ey, Stefan, du musst hinter mir bleiben. Ach so, sorry, sorry, Herr Präsident. Junge, du musst warten. Oh, da wird geshootet. Warte, da wird geshootet. Hier sind Leute. Ja. Das sind unsere Gegner, Jungs. Ey, Osama Bin Laden, er schießt ihn. Bin nö. Er schießt ihn, geht drauf, ey. Geht drauf, ey. Geht drauf, ey. Keine Ahnung, er tötet ihn irgendwo. Ja, genau, tötet ihn. Warum vor mich ne Mauer einer? Vor mich ne Mauer bauen. Vor mich ne Mauer bauen. Ich hab keine Materialien. Nice, Digga, wo sind meine Leute? Ich hab keine Materialien. Du hast natürlich runnen, killen. Ja, killen und mich beschützen. Ja, sag dann, sag dann. Albe kommt zu mir. Albe kommt zurück. Albe auf mich wird geschossen. Auf Erlo, auf Präsident wird geschossen, Jungs. Bin am Start, wo bist du? Ja, dort ist einer. Hier. Digga, dieses Teil ist so OP, ne? Ja, Mann. Dieses Spider-Man ist mal ohne Witz. Was ist das? Ey, bei mir, bei mir, ich sterbe. Nein. Ich weiß, ey, hilf mir. Was seid ihr für Secret Service? Ich verblute hier. Ich verblute hier. Jemand schießt auf mich diesen Dinger. Leute, die killen. Keine Ahnung, die machen es. Kann man hier lecken? Oh, Digga, nein. Gib mir die Verbände, die du hast. Ich hab mir in die Hosen geschissen, Digga. Ich brauch, ich brauch, äh, was zu heilen. Da war leider nur eine Bande, ich hab die mir selber gegeben. Weil ich auf dich geierst. Weil ich auf dich geierst. Ey, du darfst das nicht, du. Das war unabsichtlich, Präsident. Gott ist letzterer, du. Ey, Präsident, ich hab Dinger. Ey, ich hab Verbände. Ich hab auch. Ich will den Präsident Verbände geben. Nein, ich. Ey, ihr müsst mich verpassen. Ich wollt. Komm, wir geben beide. Ja, okay. Ne. Mach mir hier den Hallo. Hallo, wo seid ihr? Ich muss geheilt werden. Dürfen wir überhaupt schießen? Ey, ja, Feuer. Dürfen wir, Alter, schießen? Junge, auf Präsident wird geschossen. Du fragst erst mal, so dumm dürfen wir alles schießen, Digga. Präsident ist schon langes Fühl tot, Alter. Wo ist der Typ? Junge, Junge. Ey, einer zu mir. Einer zu mir. Ich dachte, der wäre gut schießt, aber ist der nicht. Ja, hallo, einer muss mich beschießen. Bei dir. Äh, wo ist der? Gut, ich bleib die ganze Zeit bei dir, an meiner Seite. Ja, ja. Junge, Junge. Junge. Ich beschütze dich. Wo ist der, wo ist der, Jungs? Ich weiß nicht. Ich will, dass sie den tötet. Ja, will ich den mal finden. Besuch ihn. Wo ist denn der Junge? Alter, besuch ihn. Unten links. Ne, doch nicht. Das ist ein bisschen wie ihr Schatten. Oh, bruh. Guck mal. Präsident auch noch blind. Ey, 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 ey. Entschuldigung, mein Freund. Ich muss dich kündigen. Ey, ey. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Okay, komm mal zu mir. Servil. Ja? Servil. Ja? Bleib stehen. Bleib stehen. Treh dich um. Schöne Stein um bei mir. Stein. Was willst du? Treh dich um. Okay. Nein, ey. Ich bin gemeint. Ich bin gemeint. Alter, du bleibst jetzt bei mir. Du bleibst jetzt bei mir. Ich glaube, wir müssen weiter. Ja, okay, ich komme zu dir. Präsident, ich habe meine Lieferung an Sie. Ja, sofort. Aber hier. Schön, danke. Okay. Ey, achten. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, Digga. Er springt genau vor mich tot. Ey, Juxus, was mit dem einen Gegner? Wo ist denn der? Digga, der... Hier. Hier meinst du Getschers. Du bleibst nur noch bei mir. Kid Maeve. Ja. Oh, Blue Maeve, bist du gay? Weil ich blau mache. Okay, ey, Leute. Wir laufen jetzt weiter. Wir gucken jetzt erstmal, wo die Zone endet. Oh, Schüsse. Hallo, hallo. Wart ihr das? Ja, ja, ja. Ey, hört auf zu schießen. Ey, wir waren angeschossen. Von hinten. Alter. Hinter dir. Ich komme, ich komme, ich komme. Albe, Albe, du bist so kacke, ne? Die sind schon tot, ne? Was bist du für ein Secret Service? Er hat mich nicht gesehen. Er holt uns einfach beide. Er holt, Digga. Vor allem Stefan tritt es ja. Digga, das ist einfach Seville. Herr Presse, ich schwitze mich. Beschütze mich. Ich beschütze dich. Lieb mich. Ja, Herr Presse, komm jetzt mit. Das Ding ist, ihr denkt jetzt, wir holen nicht die Runde. Aber? Das denkt ihr jetzt, gell? Habt es im Orient. Mach die Truhe auf. Ja, mach ich. Mach die Truhe auf. Entschuldigung. Junge. Acht. Ich hab Tür auf. Ich hab Tür verstanden, Mann. Dein Mikrofon. Junge. Ich hab ganz verstanden. Tür. Mach Tür auf. Ey. Warum trinkst du denn? Ab ja, hab ich dir das empfohlen. Da kommt jemand. Trink. 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 Der hat Galaxy Skin. Er trankt. Jawohl. Warum schießt du auf mich, du Trunkkopf? Da kommt noch einer. Er schießt in meinen Lippen. Da kommt noch einer. Chill, chill, chill. Da kommt noch einer. Trinkst, glaube ich. Beschütze mich. Oh, die Feinde. Okay. Okay. Da ist noch Trank. Okay, Herr Präsident. Wir gehen gleich raus, okay? Ich schütze mich. Okay, jetzt. Let's go. Komm mit, Len. Nein. Echt jetzt? Wir sterben. Okay, nice. Rechts, rechts, rechts. Alles gut. Versteck dich. Er sieht mich. Versteck dich. Er hat mich gesehen. Nice, Digga. Kommt einfach Steam-Dingeraufnahme. Mach die Tür hinter dir zu. Mach die Tür zu. Herr Präsident, machen Sie die Tür zu. So seid ihr. Digga, voll spannend. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin überreagiert. Wir rennen. Wir machen den Hinterausgang. Okay, let's go. Nein, machen wir doch nicht. Das sind Leute. Wir machen Vorderausgang, Digga. Wir machen Trick 17. Du rennst vor und lässt dich töten. Ich renne. Ich entkomme. Oh, der Gott. Ah, er snipe. Was ein... Geh mal weg von mir, du... Sag, Herr Präsident, Junge. Bau mich zu. Er bot quer. Hängt dich auf, was falsch spielt. Warum gehst du raus, ohne meine Erlaubnis? Weiter, klein. Weiß mit mich. Bei mir, bei mir, Herr Präsident. Ich komm, ich komm. Ich kann zwar nichts, aber ich komm. Nice, ich kann nicht mal jump around. Bei mir, Herr Präsident. Ey, Junge, ich kann nicht bauen. Ich hab nur noch 4 HP, Herr Präsident. Ich bin tot. Fuck. Ich hab nur noch 4 HP. Warum hab ich... Ey, der tanz. Ich tanz. Wo ist der? Wo ist der? Ich töte ihn. Ich hab nur noch 4 HP. Nein. Wo ist der? Bei mir, bei mir. Ich hab nur noch 4 HP. So, ich bin tot, Herr Präsident. Nein. Ich hab für dich gekämpft. Dann hab ich sterbt. Scheiße, Sohne, Digga. Ich hab versucht, dich zu retten. Ich hol ihn noch. Hol ihn, Digga. Du bist meine Bitch Number One. Ich hol ihn, Digga. Ich hol ihn. Ich ess ihn auf. Du bist meine Bitch. Nee, nee. Du bist Secret Service Bitch Number One. Ich hol ihn. Ich hol ihn für dich, okay? Okay, mein Schatz. In Wirklichkeit hab ich dich geliebt. Ich hab den eingetötet, ne? Digga, was baut der Typ? Wo ist der hängen geblieben? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Like oder ein Abo da. Und ich würde mal sagen, Tschüss. fürs Tschüss. Bulg Untertitelung des ZDF, 2020